Ginseng In seiner asiatischen Heimat gilt der Ginseng als Allheilmittel. In der Tat hilft die Ginseng-Wurzel bei vielerlei gesundheitlichen Problemen, wie beispielsweise Rekonvaleszenz nach schweren Krankheiten, zur allgemeinen Estärkung und gegen Impotenz oder Frigidität. Heilwirkung Tonisierend, stimulierend, herzkend, immunstimulierend, Rekonvaleszenz. Anmi, Arteriosklerose, Getknischke, Steigerung der Leistungsfähigkeit, Estärkung der Libido, Regulierung des Blutzuckerspiegels, F-Absatzzeichenhörderung der Wundheilung, Beschleunigung der Regenerationsfähigkeit des Gewebes, Nachvergiftungen, Wechseljahresbeschwerden, wissenschaftlicher Name. Panax Jinxeng Pflanzenfamilie Aralienitze, Araliasae Verwendete Pflanzenteile Wurzel Inhaltsstoffe Panaxure, Panaxen, Triches L, Vitamin B1 und B2, Absatzzeichenstrogene Stoffe, Panaquilon, Glycosid, Ginsenin, Glycosid, Schwefel Sammelzeit Oktober Meistens erhält man die Ginseng-Wurzel als Fertigsparad. Dieses nimmt man nach Anweisung auf dem Beipackzettel ein. Wenn man die Ginseng-Wurzel erhalten kann, kann man sie als Tee oder Pulver verwenden. Auch eine Tinktur oder einen K.R.U. der Wein kann man aus der Wurzel herstellen. Pflanzenbeschreibung Ginseng-Wurzel Die Ginseng-Pflanze kommt ursprünglich aus dem Neurwald von Nordkorea. Seit langer Zeit wird sie aber auch in China, Japan und Zentralasien angebaut. Seit Ginseng so beliebt ist, wird sie sogar in den USA, Russland und der Ukraine angebaut. Die wilde Ginseng-Wurzel aus Nordkorea WCHSD 150 bis 200 Jahre bis sie geerntet wird. Dann erhält sie die volle Palette der Wirkstoffe und ist fast unnippsäubar. Die kultivierte Ginseng-Wurzel wird schon nach sieben Jahren geerntet und ist nicht ganz so wirkstoffreich. Die Pflanze wird bis zu 40 cm hoch und hat eine Blüte, die Rosen hält. Die Hüchte sind leuchtend rot. Die Wurzel, der Pflanzenteil, der in der K.R.U. der Halkunde eingesetzt wird, ist pfalf-Absatzzeichen mich und verzweigt. Botanisch gesehen ist der Ginseng ein Verwandter des Efeus. Sie g-Absatzzeichen rennen beide zur Familie der Aralia 10.